Herzlich willkommen zu meinem Erklärvideo aus der Reihe Geschichte kurz und einfach erklärt. Heute geht es um das Kapitel das Entstehen des italienischen Nationalstaates im Zusammenhang mit dem Thema Neuzeit. Wie immer findest du in der Videobeschreibung Hinweise, wo du den Text bzw. das Skriptum zum Video und Übungsmaterialien finden kannst. Da du das Video auch anhalten, neu starten oder zurückspulen kannst, wirst du ganz nach deinem eigenen Tempo die Inhalte sicher gut verstehen können. Das Entstehen des italienischen Nationalstaates. Italien war ähnlich wie Deutschland über hunderte hinweg in mehrere Staaten geteilt, die von verschiedenen, meist ausländischen Herrscherfamilien wie den österreichischen Habsburgern regiert wurden. Das einzige italienische Adelsgeschlecht, das ein größeres Gebiet beherrschte, war die Herrscherfamilie Savoyen und beherrschte das Königreich Piemont-Sardinien. Während der Revolution von 1848-1849 kam es auch in Italien zu zahlreichen Aufständen gegen die Fremdherrschaft, um diese Ziele umsetzen zu können, die aber alle militärisch niedergeschlagen wurden. Als König von Piemont-Sardinien schloss Viktor Emanuel II. in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts im mehreren Kriegen 1859 und 1866 verschiedene und wechselnde Bündnisse mit Frankreich und Preußen, um das österreichische Kaiserreich besiegen zu können. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, 1861, entstand schließlich das Königreich Italien mit der Hauptstadt in Florenz und durch die militärische Besetzung des Kirchenstaates wurde Rom 1870 die Hauptstadt des Königreichs Italien. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Im nächsten Video geht es dann um das Thema das Entstehen des deutschen Nationalstaates. Untertitelung des ZDF für funk, 2017